Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Mega Man 3. Also, ich hab mich mal im Internet ausgekunsthoffet, was ich besser machen könnte und was ist mir da aufgefallen, beziehungsweise was hab ich festgestellt. Ich hatte die Waffe gegen Hartmann gehabt, es war der Magnet, deshalb Hartmann, du hast mich beim letzten Part gefistet, nun fiste ich dich zurück. Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Begriff verwende, aber das ist doch echt mal die Wahrheit. Die absolute Wahrheit. Die Bienen. Ich will die Missheitsbehalten, deshalb... Jawoll! So macht man's richtig. So. Dass die einen aber auch die ganze Zeit dann verfolgen, das ist gemein. Gemein und fies. So. Oh, nein, 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 nein. Jetzt kommen schon Bienen. Ich hasse Bienen. So. Woppa. Die Energie kommt mir wie gerufen. So, langsam hab ich, glaub ich, auch den Slide-Trick raus. Hoffe ich doch zumindest. Das fliegt nicht zufällig auch durch Wände, oder? Nuh, tut's nicht. Zwei Schüsse verballert. Wunderbar. Snake. Vielleicht helfen die. Jetzt. Nein, helfen nicht. Äh, es hätte ja sein können. Gut. Ich, 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 das dauert mir viel zu lange. Ich komm hier mit der Steuerung nicht zurecht. Okay, das hat ja doch viel geholfen jetzt für die Zeit. Hm, hm, hm. Ist. Ja, ja. Du Affe, schau mich nur grimmig an. Ich hab keinen Bock mehr, du willst mich auch nicht sauber machen. Drei braucht er, oder? Vier. Hoffentlich reicht es doch noch für den Schluss. Ich hoffe, er ist doch stark. So. 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 Alright. So. Okay. So. Vielleicht finde ich hier irgendwas zum Aufladen von der Waffe. Das wäre sehr praktisch. Würde es wirklich weiterhelfen. Okay. Kann man den Energietang eigentlich zweimal einsammeln? Bin ich mir grad unsicher. So. 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 Das Deckern von der, von einer Tastaturhütte ja auf jeden Fall, oder? Zumindest. Man kann sie neu aufsammeln. Das wäre ja praktisch. Wupp. Ausweichen kann ich schon mal wie... ...ein Dussel. ...mit... ...Binderhautentzündung. Ach ja, jetzt kamen wieder die Bienen. Ach ne, stimmt ja. Jetzt. Lass mich einfach abhauen. Ach nein, stimmt ja. Jetzt kommt ja... Verdammt, das hab ich total vergessen. Jetzt kommt doch noch Brotoman. Ja. Ich muss ihn verwenden. Ich hab zwei. Ach, den ein... Boah, hab ich den einen hier? Christian ist verwirrt. Wupp. Ja, deshalb rutsche ich auch in die falsche Richtung. So. Wupp. Wupp. Okay, gleich geht's weiter. Ich muss meine alte Taktik wiederverwenden, dass ich manchmal die Aufnahmen stoppe, damit die Synchronität bewahrt wird. Okay. Okay. Ne, ich bin mir mein Lieber. Okay. Damit kann ich ihm viel antun. Am besten gezielt. So. So. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Das Müffelstück. Yes. Geht viel einfacher, wenn man die passende Taktik parat hat. Ha. Ha ha. Was wird's? Wie heißt die Waffe? You got... Hartnackel, der harte Knöchel. Ja. Die habe ich im Moment auch. Gut. Und vielleicht... Ich habe so nur... Hart gegen Nadeln. Das könnte vielleicht helfen, aber wartet mal einen kurzen Moment. Ich muss nämlich was einstellen und dann bin ich gleich wieder für euch da. Und da bin ich wieder für euch. Ich habe nur gerade was bei Frips wieder geändert. Wie in der Tastenbelegung. Okay, Needleman. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja auch mit der neuen Waffe. Irgendwas mehr gegen die Gegner. Moment. Die Hedgehog-Ungeheuer. Hm. Es ist ein Versuch wert. Äh... Klappt anscheinend doch nicht so, wie ich dachte. So. Okay, so sechs Minuten hatte ich schon. Das heißt, vier Minuten... Es stehen noch ein paar Minuten offen. Wopala. Ja, komm. Komm her. Ich glaube, ich nehme mal den unteren Weg. Ich glaube, da ist ein bisschen weniger Verkehr. Au. Äh... Kann mich die da treffen? Achso, ich kann da gar nicht durchspringen. Naja, wir sind hier nicht bei... Mario. So, ich... Ich übe gerade mal das Sliden. So. Oh, oh, oh. Ich muss mir mal das antrainieren. Okay. Oh, was war das denn? Oh. Hm. Langsam mache ich mich, oder? Einfach mal mit Ruhe und mit... Dacht. Zack, ja. Und dann kriegt man schon hin. Musst an dich glauben, Christian. Wop. Wala. Na, wie hätte ich dem auch ausweichen können? Dem hätte ich ausweichen können. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Ja, ich sollte wirklich mal wieder etwas mehr lachen. Oh. Die Stille. Woppa. Okay. Voll rein. Und. Woppa. Woppa. Ach, ich kann so links und rechts. Wop. So. Okay. Ja, jetzt spring. Nicht 300 Millionen mal rein. Amen. Es ist der Wohre der Frieden in dir, Christian. Du musst ihn nur finden. So. Ja. Es passt doch. Christian. Fuck. Nee. Nee, 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 nee. An den Weg rankommen. Wasch. Du willst mir helfen. Wow. Perf. He, 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 he. Hey. Bei meinen Ausweichkünsten muss ich aber noch arbeiten. Da schieße ich ihm doch wieder in den C rein. Oh. Oho. Gut. Woppa. So. Ja. Okay. Warte geht's. Es läuft ja endlich wie geschmiert wieder. Ach du heilige Kacke. Puh. Okay, ich bin beim Boss. Und ich hab null Leben. Aber ich hab einen Energietank. Ich muss den raushauen. Äh, nö. Was? So. Und gleich mal auswählen die Waffe. Die ihm das Verderben bringen soll. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Part wieder bei. Ja, ich brauch. Jetzt ist erstmal die Zeit vorbei. Hoffentlich kommt jetzt wieder meine Freude wieder. Ich hoffe es tiefst. Also. 93 Jovo. Allaft in der TNU. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss. Und goodbye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.